Hallo, das ist das Video Nummer 2. Das Thema Erwartungswert eines Spieles. Im Video Nummer 1 haben wir den Erwartungswert von einem Spiel bestimmt. Bei diesem Spiel mussten wir etwas zahlen, um eintreten zu dürfen. Das heißt, der Spielbetreiber sagt, du musst zum Beispiel 8 Euro zahlen, dann kannst du spielen. Und wenn du 6 würfelst, verdoppeln wir deinen Einsatz, deinen Eintritt. Und wenn du keine 6 würfelst, halbieren wir deinen Eintritt. Das haben wir gemacht, diese Variante haben wir bearbeitet im Video Nummer 1. In diesem Video also haben wir keinen Eintritt. Das heißt, mit 0 fangen wir das Spiel an, mit dem Spiel. Und da gibt es natürlich Spielregeln. Würfeln zweimal hintereinander. Oder würfeln wir zweimal gleichzeitig. Das ist das Gleiche, wenn wir hintereinander würfeln oder gleichzeitig würfeln. Wenn wir die gleichen Zahlen bekommen, das heißt, die erste Zahl zeigt 1, die zweite auch 1. Die erste 2, die zweite auch 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Dann bekommen wir 2 Euro. Das heißt, gewinnen wir 2 Euro. Wenn wir aber keine gleichen Zahlen würfeln, müssen wir 1 Euro zahlen. Das heißt, Verlust minus 1 Euro. Ich möchte wissen, ob dieses Spiel mit diesen Regeln fair ist oder nicht. Hier habe ich ein Baumdiagramm erstellt. Du musst dieses Baumdiagramm nicht erstellen, weil das sehr zeitaufwendig ist und der Baum sehr umfangreich ist. Das heißt, beim ersten Wurf haben wir 1 oder 2, 3, 4, 5, 6. Bei zweiten, wenn wir bei ersten 1, bei ersten Wurf die Zahl 1 gewürfelt haben, haben wir noch wieder 6 Möglichkeiten. Bei zweiten 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genauso hier beim ersten Wurf 2, bei zweiten 1, 2, oder 3, oder 4, oder 5, oder 6, und so weiter. Um 2 Euro zu gewinnen, muss ich entweder 1 und 1, 2 und 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 würfeln. Und die Wahrscheinlichkeit jedes Pfades beträgt, also hier haben wir die Wahrscheinlichkeit, dass ich beim ersten Wurf eine 1 würfle, beträgt ein Sechstel. Bei zweiten Wurf noch ein 1, 1 Sechstel. Gleich ein Sechstel. Das heißt, überall Pfadwahrscheinlichkeiten 1 zu 36. Um zu gewinnen, muss ich entweder da landen, oder da landen, oder da, oder da, oder da, oder da. Das heißt, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich beim ersten Wurf eine 1, und beim zweiten Wurf auch eine 1 würfle, beträgt 1 zu 36. Und wie viel kriege ich bei diesem Fall? Kriege ich 2 Euro. Genauso hier. 2, 2 Würfle, die Wahrscheinlichkeit 1 zu 36 mal 2 Euro. Bei 3 und 3 genauso. 4 und 4, 5 und 5, 6 und 6. Das heißt, mit dieser Wahrscheinlichkeit gewinne ich 2 Euro. Insgesamt können wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mal 1 zu 36 mal 2 machen. Das heißt, ich addiere diese Wahrscheinlichkeiten. Und das sind 12 geteilt durch 36, also 1 Drittel. 1 Drittel Euro. Das heißt, der Gewinn beträgt 1 Drittel Euro. 1 Drittel Euro. Etwa 0,33. Also etwa 33 Cent. Wie du siehst, der Gewinn ist sehr gering, weil weniger Pfade hier in Frage kommen. Also für den Gewinn relevant sind. Und Verlust. Jetzt müssen wir den Verlust rechnen. Wie viele Pfade kommen in Frage? Also wir haben insgesamt 36 Pfade. 6 kommen in Frage, wenn wir gewinnen. Also gleiche Zahlen. Dann haben wir 36 minus 6. 30 Pfade, bei denen wir verlieren. Zum Beispiel 1, 2. Beim ersten Wurf 1, beim zweiten Wurf 2. Bei ersten Wurf 1, beim zweiten Wurf 3. Bei ersten Wurf 1, beim zweiten Wurf 4. Und so weiter. Oder beim ersten Wurf 2, beim zweiten Wurf 1. So weiter. Also 30 Pfade kommen in Frage. Die Wahrscheinlichkeit jedes Pfades beträgt 1 zu 36. Und wir verlieren dabei 1 Euro. Also 30 geteilt durch 36. Also wir verlieren 83 Cent. Also Gewinn ist 33 Cent. Verlust 83 Cent. Also insgesamt der Erwaltungswert dieses Spiels beträgt Gewinn 0,33 minus Verlust 0,83 Euro. Also minus 0,5 Euro. Also 50 Cent. Also das heißt, das Spiel ist nicht fair. Das Spiel ist dann fair, wenn Gewinn gleich Verlust ist. Zum Beispiel hätten wir hier 33 Cent Gewinn, hätten wir auch 33 Cent Verlust. Dann wäre das Spiel fair gewesen. Aber bei diesem Fall verliert der Spieler eigentlich. Und der Betreiber gewinnt. Weil der Verlust größer ist. Nun ist die Frage, wie viel oder wie hoch muss der Gewinn sein? Zum Beispiel, wir haben gesagt, wenn ich 1 und 1 würfele, ist der Gewinn 2 Euro. Wie hoch muss dieses 2 Euro sein? Muss es 3 Euro sein? 4 Euro sein? Wie viel muss es sein? Damit das Spiel fair ist. Teilaufgabe 2. Wie hoch muss der Gewinn sein, damit das Spiel fair ist? Wir wissen, dass bei 6 Pfaden wir gewinnen. Also 1 und 1, 2 und 2, 3 und 3, 4 und 4, 5 und 5, 6 und 6. Also gleiche Zahlen. Also 6 Pfaden haben wir. Die Wahrscheinlichkeit jedes Pfades beträgt 1,36. Also 1,6 mal 1,6. Wie viel gewinnen wir bei diesem Fall? Wir wissen nicht. Wir suchen x. X Euro gewinnen wir in diesem Fall. In der Teilaufgabe 1 haben wir zum Beispiel 2 Euro. Haben wir für x2 geschrieben. Weil wir nun den Gewinn suchen, nehmen wir an, dass bei jedem Erfolg, also wenn ich zum Beispiel 1 und 1 werfe, bekomme ich x Euro. So. Und wie viele Pfade kommen in Frage, wenn wir keinen Gewinn machen, also Verluste machen, müssen wir 1 Euro geben. 36 Pfade haben wir. Minus 6 gleich 30. 30 Pfade kommen in Frage, zum Beispiel 1 und 2, 1, 3, 1, 4 und so weiter. Also 30 Pfade, die Wahrscheinlichkeit jedes Pfades beträgt 1,36 mal, wie viel bezahlen wir? 1 Euro. Das ist Gewinn, falls wir Erfolg haben und hier Verlust, falls wir keinen Erfolg haben. Das heißt, keine gleichen Zahlen werfen. So. Das Spiel ist fair, wenn Gewinn gleich Verlust ist. Also ich setze. Also gleich 30. mal 1 und 3. 6 mal 1, 36. gleich 1, 6 mal x gleich 30, 36. Hier teile ich durch 1, 6. Daraus folgt x ist gleich, also x ist gleich 5. Das heißt, wenn ich beim Erfolg 5 Euro von dem Spielbetreiber bekomme, ist das Spiel fair. Das heißt, wenn ich 1 und 1 werfe, muss ich 5 Euro bekommen, anstatt 2 Euro. In der Teilaufgabe 1 haben wir gesagt, 2 Euro. Wenn ich 5 Euro bekomme und bei jedem Verlust 1 Euro ausgebe, dann ist das Spiel fair. Also Gewinn gleich Verlust. Und x ausrechnen. Fertig. Im nächsten Video werde ich euch weitere Aufgaben vorstellen. Bis dann. Tschüss. Gut dann.